Investieren abseits der Industrienation. Wohin schaut man? Klar, auf die Emerging Markets. Der Begriff Emerging Markets wurde 1981 von der Weltbank entwickelt, um den Begriff Dritte Welt abzulösen. Unter dem Begriff Emerging Markets werden seitdem eine Reihe schnell wachsender Länder gefasst, in denen Investments gemeinhin als riskanter angesehen werden als in den Industrienationen. Dabei sind die Länder, die unter dem Begriff zusammengefasst werden, divers, dynamisch und gleichzeitig ganz unterschiedlich weit entwickelt. Die beiden größten Länder, die in der Gruppe zu nennen sind, sind China und Indien, gefolgt von Taiwan, Südkorea und Brasilien. Seit den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Russland-Krieg, den Währungsproblemen in Ländern wie der Türkei und den Spannungen im Nahen Osten, wurde eine Welle der globalen Fraktionierung angestoßen. Befreundete Länder rückten näher zusammen und Blöcke drifteten auseinander. Russland wurde von MSCI aus dem Emerging Markets Index genommen und das Gefüge geriet in Unruhe. Stimmen wurden lauter, dass der Sammelbegriff der Emerging Markets sich nicht mehr unbedingt eignet. Global South ist der vermehrt genutzte Begriff. In diesem Video geht es darum, warum hier nicht nur einfach Begriffe ausgetauscht werden und was das für die Diversifikation in Portfolien bedeutet, welche Chancen aufkommen könnten und was das für die eigene Geldanlage bedeutet. Über die Emerging Markets und Global South-Diskussion sind wir in den letzten zwölf Monaten in Finanznachrichten öfters gestolpert. Anfangs hielten wir dies für ein Nischenphänomen. Die zunehmende Intensität der Diskussion in der Fachwelt lässt uns jedoch aufhorchen. Hier scheint etwas zu gären, was durchaus für uns private Investoren relevant sein kann, denn wir wollen wissen, was die institutionellen Investoren beschäftigt, sodass wir nicht als letztes von einem Zug auf einen anderen springen und entweder Gewinne verpassen oder auf Verlusten sitzen bleiben. Diese Diskussion ist vielschichtig und je nach Quelle liest man unterschiedliche Interpretationen der Verschiebungen. Wir lassen uns von Statistiken und Fakten leiten und suchen an einigen Stellen Expertenmeinungen aus verschiedenen Lagern. Nachdem wir eingangs bereits den Begriff Emerging Markets eingeordnet haben, wollen wir uns genauso den Begriff Global South ansehen. Laut der United Nations Conference on Trade and Development werden unter dem Begriff vor allem Länder und Regionen Afrikas, Lateinamerikas, der Karibik und Asiens ohne Israel, Japan und Südkorea sowie Ozeanien ohne Australien und Neuseeland verstanden. Damit sieht man, dass sich der Begriff nicht auf eine geografische Zuordnung nördlich oder südlich des Äquators bezieht. Der Begriff Global South ist tatsächlich viel älter als der Begriff Emerging Markets. Der Begriff wurde wohl 1969 von Carl Oldsby, eines der ersten Male in dem katholischen Journal Commonwealth, verwendet, um im Zusammenhang eines Artikels zum Vietnamkrieg das Problem der Dominanz des Nordens über den Süden anzubringen. Der Begriff wird vor allem durch die Staaten getragen, die in dem Konzept zum globalen Süden gehören. Das Ziel von Initiativen, die unter dem Begriff aufgaben wie der South-South Corporation, ist, dass den Staaten des Südens mehr soziale, politische und ökonomische Gerechtigkeit zukommt. Um den Begriff wurde es bis zum 21. Jahrhundert still, bis er laut Studien der Humboldt-Universität den 2010er Jahren plötzlich in hunderten Publikationen genutzt wurde. Und dieser Trend scheint nun laut Financial Times noch weiter Fahrt aufzunehmen. Die Financial Times weist in einem Artikel von Ende November darauf hin, dass es sehr auffällig ist, dass seit Anfang 2022 eine zunehmend deutliche Verschiebung der Internetsuchen vom Begriff Emerging Markets hin zum Begriff Global South zu beobachten ist. Einige Gründe für die Verschiebung derartiger Suchen liegen wohl auf der Hand, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der für Investoren, die in Russland investiert waren, Geld kostete. Andere Gründe müssen tiefer liegen, denn der Trend kam nicht neu in 2022 auf, sondern zeigt sich, wie gesagt, bereits länger. Wir fragten uns, ob diese Verschiebung darauf zurückzuführen ist, dass viele den Begriff Global South noch nicht kennen oder ob vielleicht die Emerging Markets unattraktiver werden. Für Letzteres spricht, dass laut Financial Times internationale Investoren in 2016 noch etwa 21 Prozent der Emerging Markets Anleihen gehalten haben. In 23 waren das wohl nur noch 13 Prozent. Einigen Ländern scheinen internationale Investoren den Rücken zugedreht zu haben und in anderen Ländern wurden mehr Anleihen begeben, während internationale Investoren ihren absoluten Anteil an Anleihen stabil hielten, sodass der internationale Anteil an dem Markt relativ gesehen dennoch fiel. Analysten weisen darauf hin, dass das zurückgehende internationale Investment in die Emerging Markets Anleihe-Märkte einerseits damit zusammenhängen mag, dass der Rohstoffboom abklingt und andererseits die Globalisierung auf dem Rückmarsch ist. Damit sind institutionelle Investoren skeptischer, ob manche Emerging Markets weiter in dem Maße wachsen werden, wie dies zu den Hochzeiten der Fall war. Mit dieser fallenden Wachstumsaussicht in die Emerging Markets werden die Währungen der Länder gegenüber den Ländern mit stabilem Wachstum wie dem US-Markt schlechter notieren. Dann werden die Emerging Markets Anleihe-Märkte schwächer notieren. Was für die Anleihe-Märkte gilt, gilt natürlich auch für die Aktienmärkte. Weniger Wachstum bedeutet auch weniger Unternehmensgewinne. Dann stellt sich die Frage, warum man in den Märkten investierend sein soll, wenn woanders mehr Geld zu verdienen ist. Anleihe, Anlagediversifikation ist schließlich kein Selbstzweck. Und nun kommt in diese Zeit diese seltsam anmutende Begriffsthematik-Diskussion auf. Was anscheinend institutionelle Investoren hellhörig werden lässt, ist, dass die Verwendung des Begriffs Global South stark politisch getrieben ist. Damit scheint man von einem finanzmarktgetriebenen Begriff Emerging Markets hin zu einem politischeren Begriff Global South zu kommen. Der Begriff wird neuerdings wohl vor allem von der chinesischen Regierung, aber auch von den Regierungen Indiens und Brasiliens geprägt. Manche Experten äußern die Sorge, dass dies ein Vorbot für noch weitere globale Fragmentierung ist. Manche Experten äußern auch Verständnis und weisen darauf hin, dass die Entscheidungen zum Beispiel der USA und insbesondere der FED oftmals weitreichende Auswirkungen auf die globalen Währungsströme und damit auf die lokalen Währungen, Anleihemärkte und damit Aktienmärkte sowie das lokale Wachstum in den Emerging Markets oder Global South Staaten haben. Klar ist, dass da ein Thema brodelt und wenn man in den Emerging Markets investiert ist, zum Beispiel mit einem MSCI Emerging Markets ETF, muss man sich des Risikos bewusst sein, dass institutionelle Investoren sich zumindest zeitweise aus den lokalen Märkten zurückziehen, um das anzulegende Geld nicht politischen Risiken auszusetzen. Investoren in einem ETF, der den MSCI World Emerging Market Index abbildet, kennen das. Während der MSCI World Index in US-Dollar zwischen Oktober 2008 und Oktober 2023 laut Factsheet um etwa 387 Prozent Zulag legte der MSCI Emerging Market Index in US-Dollar nur um 230 Prozent zu. Eine klare Underperformance. In so einem Fall fragen sich Investoren, warum man in den ökonomisch und politisch riskanteren Märkten Geld binden soll, wenn das Risiko nicht vergütet wird. Und nun scheinen laut einiger Experten die Risiken nicht zu fallen, sondern zu steigen. 2022 sahen wir das bereits im Falle Russlands. Die Diskussion zur Investierbarkeit in China kennen viele vermutlich auch. Die Emerging Markets sind also nichts für risikoaverse. Aber wo Risiken steigen, steigen auch Chancen. Und so rufen erste institutionelle Investoren die Chance eines Investments in den Anleihemärkt der Emerging Markets als die Anlageidee für 2024 aus. Du kannst ja mal eine Recherche zu Emerging Markets Bonds 2024 machen. Und dann folgen vielleicht auch die Emerging Markets Aktienmärkte. Ob dies eine verrückte Nischenidee ist oder ob man so Geld verdienen kann, bleibt abzuwarten. Ein Fazit. Wer Risiko minimieren will, ist in den Emerging Markets vermutlich momentan nicht ganz so gut aufgehoben. Uns interessiert, wie du diese Diskussion wahrnimmst und wie du zu den Emerging Markets als Investor stehst. Schreibe uns gerne einen Kommentar unter dem Video. Bei der Geldanlage wünschen wir dir alles Gute, dein Optionsweltenteam. Ich habe das aufgehoben. Ein Auskupolge. Dennoch kann, wie du das aufgehoben hast. Dies ist fertig. Ich habe das aufgehoben. Ich habe das aufgehoben.